Sie sind sich offensichtlich sehr sicher, dass sie die altertümliche Ordnung hier wieder einführen können. Sie wollen wieder bestimmen, wer dazugehört in den verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Und auch einem Männerbestimmenden Familienepos wollen sie. Dort in der Familie, wo sie dann wieder die Alleinherrscher sind. Ihre Frau, die ihre Kinder dann schlagen können und sie zu allem zwingen können. Wo sie ihre Frau unbestraft vergewaltigen können. Und überhaupt wollen sie eine militärisch organisierte Gesellschaft. Mit autoritären herrischen Befehlstönen. Niemand kann dann noch sein Recht einklagen. Denn dann leben wir nicht in einem Rechtsstaat oder einer Demokratie. Nein, wir werden wieder das Recht des Stärkeren haben. Und auch sagen schon einige alte Nazimänner, nur wer arbeitet, der hat ein Recht zu überleben. Also bauen sie wieder Vernichtungslager und Vergasungsstätten für die unwerten Personen. Sie sagten mir, die Menschen, die seien allesamt verweiglicht und sie hätten nicht harte Zeiten mitgemacht. Und deshalb werden sie jetzt ihren letzten Atemzug mit anderen Rechtsradikalen darauf verwenden, das alte Deutschland wieder auferstehen zu lassen. Wie damals schon Hitler sagte, aus den Ruinen und der Asche der Weimarer Republik, der erschaffen sie Nazi-Deutschland. Und sie haben ausländische Mithelfer. Und auch warten sie, bis Trump oder ein anderer konservativer Präsident in den USA regiert. Denn eine Diktatur soll die Demokratien des Westens ablösen. Und eine Diktatur der konservativen Rechtsradikalen soll aus der Asche der Länder, wie damals erschaffen werden. Auch das erzählten sie mir. Heute schon konservative Mächte. Sie sind sich sicher, dass sie unbestraft werden gewaltigen dürfen und Personen schlagen dürfen und auch Personen ermorden dürfen. So wie sie auch Schlimmeres unbestraft machen dürfen. Denn sie sind die Herrenmenschen. Trump erzählte davon, was er alles unbestraft machen kann. Mir wurde gesagt, weil ich solche Gelüste und Bedürfnisse nicht habe, dass ich kein richtiger Mann wäre. Doch sie haben allesamt die Entwicklung der modernen Zivilisation nicht mitgemacht. Und sie hoffen auf nicht so entwickelte Länder, die allesamt Diktaturen sind oder Monarchien. Auf die hoffen sie ihre brutalen, grausamen, gewalttätigen Bedürfnisse mit diesen Leuten gemeinsam ausleben zu dürfen. In aller Ewigkeit. Ich mache dort nicht mit. Untertitelung des Zivilisation Vielen Dank.